Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft II Legacy of the Void Replays. Heute hier auf Ulrena in einem PvP und wir haben hier links oben gespawnt in Türkis oder so. Es ist vom Team Zenith of Origin YSMS, von dem ich um ehrlich zu sein noch nie was gehört habe. Er ist aber wohl ein chinesischer Protoss-Spieler und sein Kontrahent hier scheinbar auch auf dem Ozeanien-Server spielen. Oder es ist ja ein Server. Ich glaube im Deutschen wird er einfach mit Asien bezeichnet. Wir haben hier auf jeden Fall links unten gespawnt vom Team Phrenetic Array. Es ist RICE. In einem sehr schönen Bild. Was kommt da auf mich zu? Drückt das hier scheinbar aus. Und was auf ihn zukommt ist ein Nexus First, denn er hat hier selber Nexus First halt gespielt. Das Ganze wird direkt gescoutet hier von YSMS. Ich hoffe ihr spreche das Ganze richtig aus. Da er aber ja selber kein... Er ist der Englisch als Muttersprachler hat, würde ich mal sagen, ist das relativ egal wie ich ihn ausspreche. Wahrscheinlich ist das eh falsch. Wir haben auf jeden Fall hier ein Double Gateway als Konter sozusagen. Jetzt deshalb direkt schon dazu. Das sieht also stark nach Adepten aus. Währenddessen patrouilliert hier die Probe von RICE und sieht, dass hier kein Nexus gesetzt wurde. Die Sonne von YSMS macht sich wieder auf in die Bars von RICE. Sieht hier das zweite Gas. Geht jetzt mal eine Probe an. Was er auch gesehen hat, hier sind beide Gateways, die natürlich als Konter gesetzt wurden. Ganz klar. Der Nexus First bewirkt natürlich, dass er sehr sehr früh hier gleich zwei Probes bauen kann gleichzeitig. Allerdings muss er halt aufpassen in der Cyberneticscore. Auf der anderen Seite ist jetzt durch. Das heißt, die ersten beiden Adepten können genau jetzt in Auftrag gegeben werden. Das wird auch getan. Einer von beiden wird natürlich gekronen boostet. Es gibt natürlich nur einen Kronen boost. Es gibt auch keinen weiteren Nexus hier in naher Zukunft. Denn das Ganze wurde hier Pylon geblockt von RICE, der sich hier wieder aufmacht, den Cyberneticscore zu setzen und baut jetzt auch hier direkt Probes. YSMS setzt hier tatsächlich ein Pylon. Das heißt, er wird jetzt hier gleich versuchen zu Foto- und Overcharge raschen. Zweiter Pylon auch gesetzt. Kronen boost jetzt umgeleitet auf die beiden Gateways. Zwei Salads jetzt gekronen boostet. Währenddessen macht sich hier von RICE eine Probe auf den Weg zur Goldbasis. Oder wo soll die hin? Ne, die scoutet glaube ich einfach nur. Okay. Mothershipcore. Der ist schon unterwegs. Ist jetzt hier. Währenddessen hier weitergekronen boostet ein Stalker. Die ersten beiden Einheiten sind ja auch unterwegs. Es kommen tatsächlich Stalker und keine Adept. Macht natürlich gegen einen Nexus auch mehr Sinn. Jetzt sind die ersten beiden Salads da, aber die können natürlich wenig mehr ausrichten. Hier sehr, sehr schön gemacht von RICE. Hat hier ein Pylon gesetzt, damit die Stalker nicht durchkommen. Jetzt können aber Foto- und Overcharge gesetzt werden. Greift hier direkt den Mothershipcore an. Denn der hat jetzt wiederum seinen eigenen Pylon hier Foto- und Overcharged. Aber der Mothershipcore fällt, damit kein Foto- und Overcharge immer hat zu verfügbar. Baut er direkt einen nachher, macht er. Wir sehen hier überall werden Pylons gesetzt. Das kann ja hier noch heiter werden. Foto- und Overcharge ist aktuell nicht verfügbar. Wir brauchen natürlich 50 Energie. Das heißt 10 Sekunden brauchen wir noch. Zwei Stalker jetzt von RICE da. Der kann jetzt also hier auch langsam aber sicher etwas gut machen an Army Supply. Wir schauen mal gerade aufs Army Supply tatsächlich. Wir sehen hier, der neue Mothershipcore ist da. Der Pylon ist im Bau. Und wenn der jetzt hier durchkommt, dann kann das schwierig werden. Von der Overcharge allerdings jetzt wieder gesetzt von YSMS. Der hier weiter die Pylons attackiert. Wieder von dem Overcharge gesetzt. Allerdings der Pylon schon sehr angeschlagen. Der sollte jetzt hier rausgenommen werden. Ein Stalker fällt dabei allerdings. Und jetzt kann es hier weitergehen auf den Nexus. Wir schauen mal auf das Follow-up hier. Hier Stalker werden die Krone muss jetzt allerdings ein bisschen spät angefangen. War hier selber zu sehr beschäftigt mit dem Micro. Stalker wird jetzt hier immer noch gegen 3 zu kämpfen. Das ist glaube ich ein ziemlich aussichtsloser Fight. Und wir sehen hier weitere Stalker, die dazukommen. Mothershipcore hier jetzt hier bei der Hälfte der Energie, die er braucht. Der von Ryze ist dagegen schon wieder ein bisschen weiter. Wir sehen jetzt hier schon auch Warpgate ist durch bei YSMS. Kann also jetzt hier vorne rein warpen, während er den Pylon angreift. Dauert natürlich ewig, weil hier kein Gateway ist. Aber das ist nun mal so. Jetzt hier die Probe fokussiert. So wird immerhin kein weiteres Vorantreiben der Pylons. Der Nexus fällt allerdings hier direkt. Wird rausgenommen. Und der Pylon von ihm allerdings auch. Sehr gut gemacht wurde. Und den Overcharge hat sich jetzt gesetzt. Damit kann er auf jeden Fall hier nochmal die Ramp halten. Der gute Rhyze. Der hier versucht immer weiter Einheiten zu bauen. Ist allerdings schwer. Sentry jetzt sogar im Bau. Möchte hier also den Gegner ausschließen. Währenddessen ist jetzt hier gleich Warpgate durch. Kann also gleich Warpgate bauen. Hat auch die Sentry abgebrochen in dem anderen Gateway. Eine hat er nun. Und jetzt müsste eigentlich hier, glaube ich, YSMS die Transition spielen. Der hier gerade Probe rausschickt. Was soll die machen? Das ist jetzt eine spannende Frage. Vielleicht sollte hier YSMS auch nochmal eben diesen Pylon rausnehmen. Pylons rausnehmen ist immer gut. Wir sehen hier 35 von 47. Würde nicht ganz den Supply Block bringen. Aber jetzt sehen wir auch hier, Sentries werden gewarpt. Das heißt ja nun eindeutig, er möchte hier den Gegner in seiner eigenen Basis einsperren. Das Ganze könnten wir auch umgekehrt sagen. Hier hoch wird es nicht kommen. Währenddessen Oracle, das hier fleißig Kills sammelt. Wir sehen 8 Kills auf dem Oracle. 10 Worker gefallen insgesamt. Also eine vorher noch rausgenommen. Das ist natürlich jetzt hier eher suboptimal. Nur noch die Hälfte der Worker. Hier Forcefield schön gesetzt. Die eine Sentry fällt allerdings noch. Wir haben immer noch ein Forcefield. Vielleicht, wenn das ausgelaufen ist, sogar schon fast wieder zwei. Aber hier einfach ein Vorsprung von 10 Workern. Ist schon enorm. Wir sehen hier die Echse an der Goldbasis. Ich denke, das sollte sich hier YSMS nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Sehen wir hier irgendwas, was Ryze nochmal zurückbringen kann. Es gibt eine Robo. Allerdings hier keine Einheiten, die er davon baut. Denn er hat einfach zu wenig Geld. Währenddessen gibt es ein zweites Oracle von YSMS. Wir sehen auch schon ein Void Ray. Wir sehen weitere Warp Gates. Die hier dazukommen. Und wie gesagt, der Nexus. Spätestens wenn der da ist, sollte hier Ryze doch mal ziemliche Probleme bekommen. Denn dann ist die Eko von YSMS einfach nicht mehr aufzuhalten. Und auch wenn wir natürlich keinen Worker Transfer sehen werden. Doch werden wir wohl sehen. Okay. Das Ganze sieht allerdings auch Ryze. Der weiß also eigentlich Bescheid. Jetzt sieht er allerdings hier auch den Void Ray, der hier den Pylon rausnimmt. Kein Foto in Overture verfügbar. Damit ist die Ram sozusagen gefallen. Allerdings hier immer noch drei Sentries. Wenn die nicht irgendwie noch rausgenommen werden können, wird es schwer hier hochzukommen. Jetzt sehen wir auch den ersten Immortal. Allerdings natürlich gegen den Void Ray kann man da nicht viel machen. Oracle kommt jetzt rüber. Mal schauen. Hier sind keine Stalker mehr. Wir haben allerdings einen Foto in Overture. Schauen wir mal, ob der direkt gesetzt wird. Aktuell noch nicht. Die Props werden wieder geslidet. Hier ist kein einziger Pylon, wo er gerade hinfliegt. Hätte er vielleicht die anderen Richtung nehmen sollen. Zwei Kills ist jetzt noch nicht so klasse für das Eukill. Aber jeder Kills, den er mehr sammelt, ist natürlich gut für ihn. Wir sehen hier 26 zu 16 Worker. Keine Echse bei Ryze. Also da muss jetzt schon viel passieren, dass er das Ganze noch gewinnen kann. YSMS zieht sich tatsächlich hier zurück. Nimmt jetzt hier auch den Pylon raus. Währenddessen hier ein halluzinierter Phönix. Der ist natürlich nicht so schön wie irgendwie ein Oracle, was nicht halluziniert wäre. Vielleicht hätte er auch ein halluziniertes Oracle spielen können. Dann hätte er vielleicht es noch geschafft, hier ein paar Probes gepullt werden. Aber so wird das Ganze eher schwer. Wir schauen aufs Income, da sehen wir hier doch einen riesigen Vorteil. 400 Minerals mehr, die hier gemeint werden. Ryze wird jetzt nochmal einen Verzweiflungsangliff starten. Allerdings wird er hier natürlich gar nicht durchkommen. Scoutet jetzt hier auch mit einer Halluzination den Nexus. Weiß also hier eindeutig Bescheid. Hier ist auch ein sehr schöner Pylon wieder von YSMS. Das heißt, er kann sich auf jeden Fall Zeit kaufen. Währenddessen macht er sich auf den Weg zu seiner eigenen Goldbasis. Auch hier wird ein Pylon gesetzt, um natürlich zu sehen, ob hier durch die Rocks gegangen wird. Ja und ich frage mich jetzt, was Ryze jetzt noch machen will. Er sollte eigentlich maximal noch einen finalen Push spielen wollen. Wir sehen 20 Supply aktuell Unterschied. Im Worker Supply sind schon 10 davon. Das heißt, im Army Supply ist es noch einigermaßen beieinander. Wir sehen hier 34 zu 42. Mit guten Forcefields kann man da eventuell noch was machen. Aber er müsste halt erstmal in die Basis kommen. Wir sehen auch sehr, sehr viele Oracles. Die würden natürlich in einem direkten Kampf auch nicht viel ausrichten können. Sehr schön hier gewartet, bis der Fortnite-Overtage ausgelaufen ist. Jetzt kann er noch mal weitere Probes hier fokussieren. Vier Kills noch mal gesammelt. Sehr schön gemacht. Hier unten steht auch noch ein Oracle. Das kann ich auch noch mal reinfliegen. Hier stehen eigentlich so ein paar Stalker im Weg. Währenddessen hier YSMS verteilt sich hier völlig auf der Map. Wir können ja mal auf die Vision schauen. Er sieht hier eigentlich alles. Hat hier sich quasi so eine Linie aufgebaut, an der nichts vorbeikommen kann. Hier sehen wir den hallazionierten Phoenix. Sieht auch so aus, als würde YSMS jetzt hier seine eigene Natural nehmen wollen. Er hat jetzt hier auch schon wieder ein paar Worker, die er zurückschickt, weil er hier völlig saturiert ist. Was die Meralien angeht, müsste er natürlich hier noch Gas nehmen. Braucht er aber gar nicht unbedingt. Wir sehen jetzt, bobt er schon hier unten rein. Weiß. Macht sich jetzt auf, möchte hier pushen. Warp Prisma ist mit dabei, kann also von reinbobben. Allerdings kommt er hier nicht mal durch den Pylon. Das heißt, den muss er auf jeden Fall rausnehmen. Und das agiert natürlich als gutes Frühwarnsystem. Hat jetzt, glaube ich, auch dahinter geklickt. Und jetzt bleibt dann die Einheiten hier schon rumgeschickt, auch wenn er den Pylon nicht gesehen hat. Doch, er weiß sogar von dem Pylon. Aber ist ja immer ein sehr schöner Indikator. Da kann man ja auch immer sehen, ob man gegen einen Terraner spielt, wenn die Probe schon ein bisschen buggy rumfährt. Ja, also da wird er nicht durchkommen. Das ist ziemlich klar. Und ich würde mich definitiv schon festlegen. Wir sehen jetzt 100 Supply zu 60 Supply. Das wird ein Sieg für YSMS. Da sehe ich kaum noch eine Chance für Ryze. Der jetzt hier versucht, unten rum zu pushen. Läuft dabei allerdings natürlich in den Pylon, den hier YSMS sehr gut aufgestellt hat zum Spotten. Allerdings hat er jetzt einen Supply Block und wird jetzt gleich nochmal einen Pylon verlieren. Allerdings drei weitere Stunden am Baum. Ja, wird trotzdem recht kurzzeitig Supply Block sein. Guck mal, Overcharge rettet ihn jetzt hier nochmal. Also da kann eigentlich Ryze nicht draufgehen. Wir haben jetzt nur drei Immortals, aber natürlich hier zwei Void Rays. Dagegen können die Immortals auch nichts ausrichten. Ryze pusht jetzt hier weiter. Wird jetzt nochmal in Oracle laufen. Das kann er nochmal schön rausnehmen. Oracle relativ wenig Hitpoints. Das sollte nicht denn kommen können. Das ist nicht direkt kontrolliert. Hat auch keine Revelation mehr rausbekommen. Aber jetzt hier schon wieder die Armee von YSMS in Position. Wir sehen immer noch nur eine Base. Diese eine Base ist schon fast out. Manchmal sieht hier noch fünf Mineralien. Bei den großen Patches haben wir noch 500. Ein Maximum. Schöne Forcefields hier nochmal gesetzt. Von beiden Seiten. Aber das wird nicht reichen. Void Rays sind jetzt hier über der Armee. Tausende Forcefields auf dieser Map. Ein Void Rays fällt nochmal. Der andere Immorti hier wurde sehr schön gerettet. vom Warp Prisma. Das ist natürlich ein sehr schönes Micro, was er hier an den Tag legt. Aber das wird unterm Strich natürlich nicht reichen. Vielleicht sollte hier einfach mal YSMS das Warp Prisma rausfokussen. Macht er jetzt. Jetzt fokussiert er erst ein Immortal von ihm. Fängt hier sogar die Reinforcements nochmal ab. Ja und das ganze Spiel hatte sich eigentlich nach fünf Minuten schon gegessen, wenn wir mal ehrlich sind. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt hier Rays immer noch im Spiel bleibt. Er hat keine Echse. Die Main ist out, meint. Wird jetzt hier Long Distance minen. Oder was soll das werden? Ja, so sieht es aus. Möchte hier es nicht einsehen. Es ist natürlich die finale Partie in einem Masters Cup. Das kann ich nochmal dazu sagen. Game 3 war es. Es stand vorher 1-1. Deshalb hat er hier wahrscheinlich noch ein bisschen länger versucht, das Spiel nochmal irgendwie in ein Comeback zu verwandeln. Das hat nicht geklappt. GG. Jetzt von ihm. Und damit der Sieg für YSMS, den chinesischen Protoss-Spieler. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.